Ich habe es angekündigt und so werde ich es auch machen. Ich fahre die schwedischen TDs. Hier Tier 3, IKV 72. Moin zusammen. Mit mir dabei der Joma im FC M36 Pak 40. Moin. Moin Moin. Wir befinden uns auf Mien. Wir sind top Tier und ich werde mich jetzt da oben hinstellen. Da habe ich glaube ich noch nie gestanden, weil ich ja so eine Panzer die rumstehend nicht spiele. TD Camper Hügel, Hügel. Toll Nuss. Oh Ari, da willst du mich doch nicht entschrecken. Was wird denn der Medium 2 hier oben? Der ging voll durch ihre Panzer rum. Der ging voll durch ihre Panzer rum. Sehr gut, Juma. Sehr gut, Juma. Ich wunderbar, dass ich jetzt da oben habe, weil ich es so gut sicher bin. welche so still und leise td gameplay da braucht man nicht reden munitionslager Noma die letzten Gefechte waren alle so geschessen die letzten beiden kommen davor ging's die allgemein immer scheiße alles scheiße na gut wenn du das sagst guck mal auf den Vogel nicht rauf da ne ich auch nicht presch mal vor wirklich oder du nimmst den da links von dir oder vor dir das werde ich auch ich rase übrigens gerade ne ja wahnsinn und es ist wirklich nichts kaputt mach jetzt kein Fenster auf sonst hast du mit dem Druckausgleich Probleme ja ja die wird schon ganz spindlich ich glaub das die Feinde nehmen wir hinterher ne ich hol ihn ein immer er rast auch ne 12 kmh 13 14 15 16 17 Schaden durch Aufklärung alles klar danke polymär polymär der parkt der parkt fast wenn ich gegen ne Mauer fahr hier ne meiner parkt wenn ich vorwärts fahr ohnehin ja nicht nicht ich bin ich bin nicht ich bin ich bin es ist Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020